Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Bioshock. Wir sind gerade voll im Geschehen und wir wollten da weitergehen, glaube ich. Ja, 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 da ist das Ziel, genau. Hallo? Wie komme ich da rein, hallo? Also, bin ich drüber oder drunter? Hä? Das hat mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich fange jetzt an und laufe da einfach rein. Also, zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalische Entgleis. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiter in Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht irritiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie plump. Die ist ausgestellt gerade. Mal mehr. Ja, ist echt scheiße. Alter. Ich spiele es jedes Mal so laut, wenn ich es anmache. Achso, ich habe den Aufzug gerufen. Jetzt bin ich da, wo ich hinwollte. Jawoll. Soll ich den jetzt kühlen? Alter. Da haben wir in die Luft gejagt. Ich bin jetzt drunter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fass Patrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera. Fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Fotografiere den toten Pianisten. Nee, ich passe. Danke. Eins noch vielleicht. Ja. So, und dann noch eins vielleicht. Ähm. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose noch nicht ewig halten. Der ist tot, Alter. Lass mich verarschen. Der ändert nichts mehr. Hier nochmal. Wo sich die Beine nicht heilen kann, die Penner. Die Türen an. Äh. Ähm. Was haben wir hier? Mg-Munition? Jawohl. Der legt sich bestimmt gleich wieder auf. Blöder Scheiß. Was für eine herausragende athletische Leistung. Von Hack-Smart. Entschärftsicherheitssystem. Mithilfe der elektro- und chemischen Zusammensetzung Ihres Körpers. Probieren Sie es noch heute. Zwei Alarmplatten. Weniger beim Hacken. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Jetzt haben wir hier verringert die Schwierigkeitsgrad. Jetzt haben wir hier verringert die Schwierigkeitsgrad. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Ich hab mich im Griff. Mit zwei, wie sie... Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh. Mh-Mh. Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh. Mh-Mh. Mh-Mh. Pf gegen Fotografen. Kleine Mh-Mh. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Ich mach mich erst warm! Warte. Du scheiß Scheinwerfer alle, hau auf mich zu leuchten. Was ist denn der blöd, Mann? Ich habe keine Angst zu kämpfen. Penner. Steht da oben rum? Aha, aha, aha. Kaffee, leckerer Kaffee. Aber wie habe ich das gemacht? Alter. Das Feuerkreuz hier. Okay. 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 Aha. So, und so, und so. Woher habe ich es geschafft? Ja, wo ist da einer? Gibt es hier noch was? Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mute. Oh, spannend, Kollege. Willkommen im Zirkus der Werte. Wo ist jetzt mein Ziel? Da war ich nicht. Was ist das? Links von mir. Ach so, ja klar. Verarschen. Ich würde da ganz gerne rein. Ja. Ja. Hör mich an, du Arsch. Ich will eine Kostprobe. Hehehe. Hehehe. So viele Munition, die ich liegen lasse. Da sind wir da oben. Komm ich da irgendwie hoch? Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, da hochzukriechen? Hey, bitte nicht. Neh, nehme ich das da mal mit. Na ja, scheiß drauf. Erstmal. Ich muss mir einfach nur merken und später kommen, hoffe ich. Auch mal hin. Ja, dei reinen. Hih. Ich weiß nicht. Mach´, geh´. Ich, geh´. Ich zie´. Ich zie´. Ja, das ist der Patrick, von all seinen Mann und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Ja, dort sind drei Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. So sie, kleine Mutter. Mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrachon unsterblich. Geh. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und wir können lernen. Der ist echt nur mal in eine Falle gelaufen. Okay, jetzt muss jemand killen. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Da, eine Runde zacken. Okay. Okay, wo ist die Tür zum Poseidon-Ding ins Kirchen? Da ist Poseidon Plaza. Da ist es doch. Der Eis-Tunnel. Wo bin ich jetzt? Da irgendwo. Ich kann deinen Atem sehen. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner. Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, hab ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splatter-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte rauskattst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Weißmann, Sanderbate. Alter, nein! Ja, und jetzt? So, bin ich jetzt wieder aufgetaucht. Was ist das für einer? Ein paar schöne Bilder von dem, ja, Mann. Erhöhter Schaden. Nitro-Splicer voll erforscht, jawohl. Was hast du gesagt? Wieso hat er mich so schnell gekillt? Naja, du kriegst halt eine Ladung Napalm ab. Das wird dich sicher freuen. Was hast du gesagt? Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quattrion ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Lass deine Gena mit der Frozen Field in die Kälte stehen. Sie nehmen weniger Schaden durch die Kälte und können Gena gefrieren lassen, wenn sie sie mit dem Schraubenschlüssel treffen. Ah, schön, wie er brennt, der Wichser. Was ist das? Jetzt setze ich das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Das finde ich schick. Das finde ich schick. Nein, noch gerade aus. Schade, ich dachte, da fällt ein Ding raus. Da geht's noch weiter, oder? Na ja, das muss ich mir mal bemerken. Vielleicht komme ich ja wieder. Was ist das für einer? Ist das ein Bouncer? Ja, das ist ein Bouncer. Jawoll. Erhöhter Schaden. Bouncer sind anfällig für eine panzerbrechende Munition, okay. Boah, der hat ihn voll weggefasst. Einfach Bilder schießen, bis es nicht mehr geht. Bouncer, jawoll. Deine Gegner... Was? Neues Turnikum. Range Jockey 2. Dein Gena hat Range Jockey und du glaubst immer noch, du kannst ihn besiegen, dann sicher, weil du schon Range Jockey 2 hast. Lass dich nicht mehr, lass dich nicht mit dem Modell vom letzten Jahr erwischen. Röste noch heute auf. Massiver Schaden erhöht massiv den Schaden durch den Schraubenschlüssel. Achso. Was ist mit dem los, Alter? Das ist mit dem los. Ja? Oh, Alter. Oh, Alter! Was ist mit dem los? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Dann habe ich mal Bilder von dir. so Mediapacks lassen. Was ist das? Geschenk? Was ist das? Der läuft vorher Amok, der Typ! Alter! Alter, fahr weiter! Lauf! Ich bin irgendwo hängen geblieben, Idiot! Lauf! Sonja, wegsa! Lauf! 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 Spill durch Falschaden gestorben Einmal durch Falschaden 166 Mis�� und Pic Eco , Nein! Stop! 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 Fast! Nein! 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 Die Kleinen hatten nie jemanden um ihn, die sich schaden konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Okay. Da. So, wir 200 Adam. Nose Big Daddy 2. Vier Verbandkästen. Plasmid-Slot. Maximale Gesundheit mehr. Jawohl. Dieb. Jawohl. Kommt noch ein Plasmide-Ding. Jawohl. Wieso sucht er automatisch eins aus? Wenn die Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich brauche einen Shop. Ich muss ein bisschen einkaufen gehen. Willkommen im Zirkus der Werte. Alter, ich habe ja gar kein Geld mehr. Bin ich shoppen gegangen, Idiot. Kann nicht nur das weg bringen. Aber nicht. Oder nicht. Wie ist das hier? Aber nicht. Ja, ich bin kein Geld. Sie haben schon mal hier. Böge ich mich in Ruhe. 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 Ich habe mich so gemein. Ja, das ist es. da noch einer hallo ich warte keine sind wie lagern das verdammte mini pack naja dann würde ich sagen beende ich mal hier die folge in der nächsten folge schaue ich mal was er als nächstes tun soll ja ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet eine nächste folge wieder ein ciao so so so